Ja, ihr Lieben, hier ist wieder Claire. Es war lange Zeit ganz schön ruhig hier geworden. Manche wussten auch, ich schreibe noch einen neuen Buch, das soll im Herbst rauskommen, wenn alles gut läuft. Also war klar, dass hier nicht ganz so viel los ist, einfach weil ich dann wirklich fokussiert sein muss. So ein Buch schreibt sich nicht von alleine und ich hatte viele Ideen und die wollten alle umgesetzt werden. Und ja, jetzt gerade in der Schlussphase kam natürlich auch schon Corona mit rein. Und dann, wie ihr vermutlich auch, jeden von uns betrifft es auf seine ganz eigene Art und Weise. Und da musste man sich erst mal organisieren, so im Alltag in dem allen. Das kennt ihr ja selber auch. Es musste aber auch innerlich erst mal rutschen. Ja, ich bin ja nun Gott sei Dank keine Influencerin oder sowas, die dann immer noch Content produzieren müssen und irgendwie lächeln müssen oder irgendwas verkaufen müssen. Ich kann zum Glück es so machen, wie es wirklich sich anfühlt hier auf YouTube. Und ich musste das erst mal sacken lassen. Das ist eine Nummer zu groß irgendwie so für einen. Und deshalb auch dieses Video. Ich habe gestern auf Instagram schon angedroht. Wir müssen reden. Es geht einfach darum. Die Corona-Geschichte wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Und ihr kennt mich. Ich bin jetzt nicht der Guru-Typ, der sagt, ich habe die Lösung. Ihr müsst nur mein Mentalprogramm machen und das Virus wird in Luft verpuffen. Zumindest für euch, weil ihr gehört dann zum Erwältenkreis oder so. So, machen wir alles nicht. Ich wollte aber einfach mal fragen, wie bei euch die Stimmung ist und wie es sich für euch gut anfühlt, wie wir jetzt weitermachen wollen. Denn das wird noch eine ganze Weile gehen. Ja, man versucht sich immer so hochzuhalten, vielleicht bis zum Sommer oder so. Aber vom Kopf her wissen wir ja eigentlich, dass jetzt Ausdauer und Durchhaltevermögen gefragt sind. Und wir müssen natürlich auch versuchen, in dieser Zeit, die sehr schwierig ist, trotzdem noch das Leben zu sehen. Ich kriege, geht euch vermutlich ähnlich. Ich kriege ja Beklemmung, wenn ich jetzt mal eine Zeitung lese. Und es ist nur noch Corona in dem Zusammenhang, Corona in dem Zusammenhang, Corona in dem Zusammenhang. Und man wünscht sich schon förmlich, dass mal irgendein anderer Artikel kommt. Und wenn ihr über, was weiß ich nicht, irgendwelche Nebensächlichkeiten berichtet, irgendwas, wo man zu Normalzeiten gesagt hat, naja, ist das jetzt so wichtig? Der berühmte Sakreis in China ist umgefallen. Aber mittlerweile sehnt man sich schon fast danach, ja, dass man so ein bisschen, einfach mal das Leben auch wieder gesehen wird. Bei aller Ernsthaftigkeit, bei allem Fokus, den man darauf haben muss. Aber es geht ja weiter. Und wir können uns nicht nur jetzt im Geiste darum kreisen, sonst macht einen das ja völlig fertig. Ja, deshalb wollte ich einfach mal fragen, um zum Punkt zu kommen, wie wir in dieser vermutlich länger dauernden Zeit jetzt hier am besten weitermachen. Was wäre euch lieb? Wollen wir einfach mit dem Kartenlegen weitermachen? Dass ihr sagt, hier ist Corona-freie Zone, wir machen Kartenlegen, wir machen Magie, wir machen spirituelle Themen, wir auf philosophische Richtung, wir gucken uns die Welt an, wir blenden das jetzt einfach mal aus. Und hier ist unser Ding, sozusagen. Oder sagt ihr, naja, es ist jetzt da, es ist so groß, lasst uns den Stier bei den Hörnern packen. Wollen wir nicht mal in Richtung Meditation gucken, in Richtung, ja, so verschiedene Arten, wie man damit umgehen kann, wie man an sowas rangehen kann, wie man mit schweren Zeiten auch, wie man da gut durchkommt, wie man die Kraft findet. Ohne Super-Methoden, ich habe nichts, was euch davon heilen wird oder irgendwelche ähnlichen Versprechen. Einfach nur, welche Methoden gibt es im spirituellen Bereich, auch im mentalen Bereich, gut damit umzugehen, ohne sich jetzt selber gleich zum Superman zu erklären, sondern ehrlich, handfest in diese Richtung, ja. Schreibt mir einfach mal eure Meinung, eure Eindrücke, wie es euch jetzt auch geht. Da können wir, wenn wir jetzt in diese Richtung gehen wollen, auch zusammentragen, was man so selber gerne macht, was für einen selber hilfreich ist. Ja, das wären also so meine zwei Ansätze. Ich würde es jetzt ungerne beides vermischen, ja, dann kommt ja auch immer so dieses, ach, lass uns doch einfach alles vermischen. Ich habe gerne einen Fokus, eine Richtung, so. Das ist meistens besser als Multitasking und alles durcheinander, meine Meinung. Aber ich war ganz gut damit. Und deshalb wollte ich euch einfach mal fragen, von euch aus dem Herzen gesprochen, wie findet ihr es, was würde euch interessieren? Corona-freie Zone, Kartenlegen, Spirituelles, Magie, sowas alles und einfach mal hier nicht dieses Thema. Oder damit umgehen, Meditation und ähnliches. Und wie kann man gut durch diese Zeit finden? Da würde ich euch einfach mal bitten, schreibt mir, was ihr drüber denkt. Gebt mir Feedback und dann gucken wir mal, in welche Richtung wir weitermachen. Aber ich wollte jetzt nicht in dieser speziellen Situation einfach mit irgendwelchen Videos weitermachen, ohne da irgendwie einen Übergang zu haben. Das wäre so komisch, wenn ich jetzt einfach ein Kartenlegen-Video mache und null Bezug darauf nehme, dass wir alle gerade zusammen in einer sehr extremen Situation sind. Scheinbar passiert nichts für sehr viele Menschen, aber alle sind in diesem Alarmmodus irgendwo unterschwellig. Und deshalb denke ich, wir müssen das einfach ansprechen. Da kann man jetzt nicht einfach so weitermachen, als wäre nichts gewesen. Ja, bleibt bitte alle schön gesund und lasst mich wissen, was euch interessiert für die nächste Zeit. Ja, bleibt alle schön gesund.